So, jetzt geht's los und wir hören zurück in den November und ich lehne mich erstmal zurück, denn die ersten drei, die darfst du selber machen, weil ich nicht gehört habe. Alle mir, okay. Mir ist sehr leid, ja. Ja, okay. Ich würde dich gerne unterstützen, aber ich nick dann immer so. Ja, okay, du nickst, ja. Ich werde das ja dann hören. 17 Days oder Wenn die Sonne rauskommt, fahre ich ohne Geld. Ein Hörspiel von Jonas Beck nach seinem gleichnamigen Roman ist ein Stück, was der WDR produziert hat und was über zwei Radiostunden lief, zweiteiliges Hörspiel also. Und darin geht es um den jungen Jonas, Schauspielschüler, 23 Jahre alt und er hat sich verliebt. Er hat jetzt die Idee, er könnte jetzt, er hat eine kleine Pause in der Schauspielschule, er könnte die ja nutzen, könnte sich auf seinen Motorroller setzen und nach Dublin fahren, dort eine Ausgabe von Romeo und Julia kaufen, um diese seiner Liebsten oder seiner Angebildenden zu schenken. Er findet das eine ganz tolle Idee. Er hat zwar kein Geld, aber das müsste ja auch ohne Geld zu machen sein und er will das einfach ausprobieren. Und wir begleiten dann ihn, wie er dann, ja, mit seinem Roller ohne Geld nach Dublin aufbricht. Grüße an Matzen und, ich weiß nicht, wie die anderen hießen, so Rockets? Ne, keine Ahnung. Mit dem Moped nach Madrid gibt es da ein sehr schönes Lied und an das ist das Ganze wohl auch angelehnt. Und, naja, also wir begleiten jetzt Jonas in zwei Hörspielstunden und 17 Tagen auf dem Weg nach Dublin. Dort erlebt er verschiedene Abenteuer, mal wird der Roller einkassiert von der Polizei, weil er im Halteverbot steht. Und, naja, es ist halt alles sehr, sehr schwierig, vor allen Dingen, weil das Ganze ohne Geld läuft und er sich für tanken und sonst irgendwas, alles Mögliche verdienen muss und irgendwelche Jobs annehmen muss. Und das innerhalb von 17 Tagen ist halt sehr, sehr schwierig. Die leichteste Aufgabe scheint dann tatsächlich noch zu sein, dieses Buch zu organisieren. Naja, und als er dann zurückkommt und diese Erlebnisse da dran hat, ja, ne, das erzähle ich jetzt nicht. Das hört ihr lieber selber. Ich fand es tatsächlich einen sehr, sehr schönen Roadtrip, weil es auch vor allem nicht so nach dem üblichen Hörspiel klang. Es war viel freier, es war viel bunter, es war gut erzählt, weil man hier auch zum Beispiel dem Motorroller eine Stimme gab und seinem Notizbuch ebenfalls und dadurch das Ganze zwar einen Erzählerpart hatte, der aber eben nicht als Erzähler oder allwissender Erzähler, sondern eben als handelnde Figur, die Person, die eben dabei ist, auch wenn sie kein menschliches Antlitz hat, aber eben auch nur so viel weiß, wie gerade in dem Moment der Erfahrung stand. Das fand ich sehr, sehr gelungen, sehr, sehr gute Idee und wie gesagt, sehr, sehr frisch erzählt. Ganz anders, als man es so beim Radiohörspiel vermuten würde. Ja, hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Sehr, sehr schöne Roadshow. Ja, nee, Roadshow nicht, Roadtrip. Sehr schöner Roadtrip. Das dürft ihr euch gerne gönnen. Cool. Ja. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, war ich auch. Ich habe gedacht, das kam so ein bisschen, flog so ein bisschen unterm Radar. Akte Witz heißt das Ganze und ist ein, ja, Vampir-Humor-Stück, wenn ich es mal nenne. Hätte mich am Anfang schon direkt verschreckt, wenn nicht die Hauptrolle von Thorsten Sträter übernommen worden wäre. Ja, der spielt nämlich den Groschen-Roman-Autor Rudbert Rubenstein. Ja, der eigentlich auf eine Kostümparty will mit seinem befreundeten Kompagnon. Und ja, das Ganze artet dann eben so aus, dass sie eben nicht auf einer Kostümparty, sondern auf einer echten Vampir-Party wandeln. Das ist so ein bisschen angelehnt an Tanz der Vampire. So klingt das Ganze. So ist das auch vom ursprünglichen Gedanke an den Humor. Jetzt kommt das große Aber. Aber das ist tatsächlich somit das schlechtest produzierte Hörspiel, was ich die letzten Jahre gehört habe. Oh, scheibengleicher. Das ist dermaßen schlecht zusammengeschnitten. Zwischen jedem Sprecher eine elendlange Pause. Da ist überhaupt kein Leben drin. Dadurch kommt die lange Spielzeit zustande. Ich habe auch gedacht, das Ding könnte wahrscheinlich schon 56 Minuten durch sein, wenn man die Pausen weggelassen hätte. Weil es ist tatsächlich auch noch 135 Minuten lang. Hat dann so Groschen, Grusel, Hö-Hö-Humor. Ich sage mal, es hat mich so von der Idee her so ein bisschen erinnert, wie so Anfang der Nullerjahre so die ganzen kleinen Hörspielschmieden rauskamen und gedacht haben, oh man, machen mal lustige Hörspiele. Und machen mal so eine Vampir-Veralberung. Warum macht denn Thorsten Sträter damit? Das habe ich nicht verstanden. Das ist mir echt ein Rätsel. Und er ist da auch total nicht gut aufgehoben als spielende Figur. Ich glaube, der könnte tatsächlich ein guter Erzähler sein, weil er hat ja auch einfach eine tolle Erzählstimme. Aber als handelnde Figur ist das einfach zu... Und da ist... Ja, also gerade was so beim Humor das Wichtigste ist. Es gibt ja drei goldene Regeln beim Humor. Der erste ist Timing. Der zweite ist Timing. Und der dritte ist Timing. Und keine dieser Regeln ist hier auch nur im Ansatz eingehalten. Also ich weiß nicht, ob ich tatsächlich irgendwo eine Stelle gefunden habe, wo ich gedacht habe, oh, der Gag hat jetzt mal gezündet. Also es ist eigentlich so schlimm, ich muss eigentlich das fast empfehlen, mal reinzuhören, dass man es mal selbst erlebt hat. Nee, fand ich leider nicht gut. Schauweier. Ja, aber ich habe mich durchgequält. Das kannst du nicht. Kriegst einen Orden von mir. Ja. Ich bastel einen. Der goldene Hörspieldurchschalter am Bahnhof. Ich habe überlebt. Ja. Ich habe die Akte Witz überlebt. Oh je. Naja, und dann habe ich noch was gehört, was auch für unseren Vorausblick zu spät kam. Ich glaube, ganz knapp. Banks ist eine neue Mini-Reihe von Ritz Records, die es via der Romantruhe allerdings nur zum Download gibt. Und das Hörspiel ist von Reed Reigns, der auch gleich mitspielt. Und das Stück heißt Banks, Drogenkrieg in Kolumbien. Und es soll, also zumindest sind jetzt drei Teile angekündigt bis Januar. Wir gehen nach Miami. Die erste Folge heißt auch Todesfalle Miami. Wir springen ins Jahr 1979. Und da gibt es den Detective Gordon Banks, der im Drogenmilieu mittelt, dass von den Kubanern in Miami beherrscht wird. Und ja, er versucht halt diese mafiöse Struktur da aufzubrechen. Und mit seinem Kompagnon. Und in der ersten Folge erleben wir halt, wie sie in diese Strukturen versuchen einzudringen. Und da auf ein Drogenlager auf einem Schiff ausheben wollen, was dann ziemlich übel ausgeht. Und ja, die Tür aufmacht für weitere Folgen. Ja, hat mir tatsächlich letztlich auch nicht gefallen. Ganz einfach, weil mir das einfach zu viel altbackenes Klischee war. Zu viel. Das quasi Miami weiß? Ja, eigentlich noch früher. Also das ist ja, wie gesagt, das Spiel so 1979. Das hört so ein bisschen. Da hat man es versucht, so mit der Musik. Aber man schafft es tatsächlich nicht, so dieses Flair irgendwie rüberzubringen. Also das ist irgendwie, man erwähnt es zwar ab und zu mal, aber es hätte irgendwie, hätte man da mehr atmosphärisch machen dürfen. Also da hätte die Musik irgendwie so ein bisschen schmissiger sein dürfen. Also von der Story her, ja, Miami weiß. Wobei ich da eigentlich zu wenig drin stecke, um das beurteilen zu können. Aber so, ja, es klingt eher so nach 70er Jahre. Weißt du, so Straßen von San Francisco, so von den Bildern her, halt eben nur in Miami. Die Straßen von Miami. Ja, die Straßen von Miami. Okay. Ja, und also wie gesagt, ein bisschen zu viel Klischee und ein bisschen zu viel, ja, so altbackene Erzählweise. Also das ist so, ja, ich weiß nicht, ob ich das heute noch so bräuchte. Ich bringe da so ein bisschen auf den Narcos-Zug auf. Aber ja, so richtig neu erzählt und so richtig frisch und originell ist das Ganze nicht. Also das ist tatsächlich eher so ein Ausflug in vergangene Hörspiele. Wie man halt so in den 80er Jahren schon erzählt hat, so erzählt man das auch hier. Ja, das ist mir eigentlich ein bisschen zu wenig, weil die Story dann auch nicht so viel Überraschendes hergibt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das inhaltlich originell so wumst. Das ist auch alles schon so Versatzstücke, die man aus einem guten Zwiller-Koffer schon mal gehört hat. Naja, aber ich lege mich jetzt wieder. Jetzt kannst du weitermachen. Ja, jetzt habe ich mal was gehört zwischendurch und zwar die zweite Folge der junge Sherlock Holmes. Die Königin der Ratten. Ja, worum geht's? Es geht darum erstmal, dass Bruder Mycroft im Krankenhaus liegt und vor sich hin vegetiert, gelangweilt ist. Und ja, Sherlock und Trevor, also quasi der Watson-Ersatz, wenn man so will, besuchen ihn. Und er hat erstmal eine Aufgabe und zwar sollen die beiden ihm seine Tabaksdose besorgen und zwar unter der Hand, ohne dass das Krankenhauspersonal mitbekommt. Ja, das ist das eine, aber da gibt's noch was anderes. Und zwar passiert an Temseufer ein sehr merkwürdiger Unfall und zwar fällt eine Frau ins Wasser und wird dort lebensgefährlich verletzt. Und das ist alles sehr merkwürdig, denn Sherlock vermutet dann auch, dass es sich tatsächlich nicht um einen Unfall, sondern um einen Anschlag handelt. Und was da dahinter steckt, um das geht es dann bei diesem Fall und zwar sucht die Tochter dieser Frau, sucht eben die beiden auf und überträgt ihn quasi den Fall, nach ihrem Vater zu suchen. Denn irgendwie scheint das alles mit dem Vater zu tun zu haben, der verschwunden ist. Ja, wie viel verrate ich? So viel vielleicht noch, dass Sherlock und Trevor herausfinden, dass der Vater ja so eine Art Scheinidentität hatte und eigentlich einem anderen Beruf nachging als Hafenarbeiter. Das hat er mal gesagt, dass er wäre, ist er aber nicht, denn er treibt sich in der Kanalisation von London herum und sucht dort nach Schätzen und bekommt es dort eben mit der Königin der Ratten zu tun. Das ist tatsächlich sehr unterhaltsam, fand ich. Hat mir richtig Spaß gemacht, das zu hören. Ist halt gut austariert. Und der Vater von Sherlock spielt natürlich auch wieder mit rein als der gestränge Herr Papa, der auch vor allem bei einer Szene als Sherlock vermutet, dass sein Vater da jemanden auf den Leim geht, da auch das Gestränge ein bisschen übertreibt. Und naja, will ich nicht zu viel verraten, weil das alles auch mit dem Fall zusammenhängt. Schöne Figuren, eine gut durchdachte Geschichte, wirklich sehr schön inszeniert ist. Also auch die Musik zum Beispiel bei der Serie gefällt mir tatsächlich ausgesprochen gut. Gerade die Titelmusik, das passt alles sehr gut zusammen, ist sehr rund und macht tatsächlich großen Spaß. Also mir hat auch die erste Folge schon gut gefallen. Aber die zweite hat tatsächlich nochmal ein bisschen angezogen und nochmal was draufgesetzt. Also da darf sehr gerne mehr kommen. Das gefällt mir richtig gut bis jetzt. Cool. Ja. Dann, das hätte ich gerne gehört, habe es angefangen zu hören und habe mir gedacht, oh Mist, ich habe die Kopfhörer nicht auf. Ja, siehst du. Weil ich es unterwegs gehört habe, habe ich gesagt, oh nee, das lasse ich dann und höre es dann tatsächlich lieber mit Kopfhörer. Ja, habe ich auch gemacht. Wenn mir Jens Wawritschek schon sagt, ich soll die aufsetzen, dann. Ja, das fand ich schon mal ganz witzig. Also dieser Einstieg mit den Kopfhörern, dass also Jens Wawritschek beziehungsweise Peter uns erklärt, warum er jetzt unbedingt Kopfhörer aufsetzen muss. Ganz witzig, ganz winzig und gut gemacht. Dann geht es um das Grab der Maya. Das wollte man glaube ich schon erwähnen. Genau. Das eine Sonderedition ist. Ich weiß gar nicht warum. Was ist das? Irgendwie ein Planetariumshörspiel oder sowas? Planetariumfolge, ja. Ja, okay. Also ist auch wie die Alten, die noch nicht Kopfhörerhörspiel hießen. Das habe ich nicht verstanden. Ja. Weil das war doch auch schon hier in Dolby Schieß mich tot produziert. So ganz schlüssig wird mir das nicht. Naja. Ja, und mal gleich dieses Kopfhörer-Ding. Jo, hätte man glaube ich jetzt nicht gebraucht für die Folge. Es ist zwar ganz nett, wenn mal die Stimme von links, von rechts, von vorne, von hinten kommt. Aber so die Effekte, die so drin sind, sind dann meistens dann doch eher so ein bisschen aufgesetzt. Und ja, ist ganz nett. Es lebt ja eh, die drei Fragezeichen lebt ja eh von der besonderen Lebendigkeit, weil man halt da auch viel im Ensemble aufnimmt. Und das dadurch eh schon recht lebendig ist. Also von daher brauche ich es jetzt nicht unbedingt noch über dem Stereo hinaus. Aber geschenkt, man will es halt so machen, wer bietet es halt an. Es gibt es ja als normales Hörspiel, auch als Kopfhörer-Hörspiel. Also man kann sich dann beides aussuchen. Ich glaube, bei den drei Fragezeichen ist es tatsächlich so, dass das gar nicht so beliebt ist bei den Fans. Weil die das nachts immer mit einem Ohrhörer hören und da den Stereo eigentlich schon so viel ist. Aber geschenkt. Ja, da will man ja die alte Produktionsweise auch. Und das hat ja auch einen eigenen Klang tatsächlich und eine eigene Wärme, finde ich immer. Tatsächlich, wie das ist. Das mag man nicht mögen, aber also gerade die Fans mögen, glaube ich, diesen griffigen, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Das ist ja schon ein sehr spezieller Sound tatsächlich, der da bis heute herrscht. Und also bei dem ich mich auch sehr wohl fühle tatsächlich, aber das ist blanke Nostalgie. Also das hat, glaube ich, nichts mit Technik zu tun. Das ist einfach blanke Nostalgie, dass man diesen Klang mag. Ja, worum geht es? Also die drei Fragezeichen sind mal wieder im Gebrauchwarncenter, beziehungsweise sie müssen dafür knechten und sind in irgendwelchen Umzugskartons am Wöhlen und sie stoßen auf eine alte Steinfigur. Die sieht sehr alt aus und wirkt ja wie so eine Maya-Figur. Und das scheint es auch zu sein, denn es kommt eine junge Frau zufällig dazu, die studiert in diese Richtung und hat da auch einen Professor, der es gerade um dieses Maya-Thema geht. Und sie sagt dann auch, ja, ja, das ist tatsächlich so eine Figur. Oh, ist das etwa ein Zufall? Das, hm, ich weiß es nicht. Ja, es stellt sich dann heraus, dass diese Figur tatsächlich irgendwie was mit den Mayas zu tun haben könnte, denn sie treffen dann auch einen Professor und der bestätigt das auch. Naja, und dann ist die Figur plötzlich weg. Und natürlich, muss ja, weil, naja, es gibt da was, denn in der Figur, muss ich auch noch sagen, ist auch noch was versteckt, was ein Zettel, den man nicht so deuten kann, dass aber auch nur ein Teilstück von einem größeren Zettel zu sein scheint. Oh, ob es da vielleicht noch mehr gibt? Hm. Ja, und dann tauchen immer mehr Figuren auf, wenn man in die Sprecherliste blickt, dann entdeckt man auch plötzlich Skinny Norris zum Beispiel und da ahnt man ja auch schon, oh, der wird natürlich auch einer der Gegenspieler sein und ja, da tauchen dann noch mehr auf, die ja auch alle was mit unserem Professor zu tun haben, denn da in der Vergangenheit, als der damals so seine Ausgrabung gemacht hat, waren halt einige in der Expedition beteiligt. Und da gibt es auch einige Verbindungen von einigen Figuren, die dann da zurückkommen und hier jetzt auch eine Rolle spielen. Ja, das Ganze dauert dann eben zwei Stunden. Ja, ich war jetzt nicht sehr begeistert davon, weil das für mich tatsächlich nach den drei Fragezeugen Werkzeugkoffer klang. Wie baue ich mir eine Drei-Frage-Zeichen-Story? Ich brauche halt eben so ein geheimnisvolles Artefakt und eine Schatzkarte und ja, ein paar Gegenspieler, die alle so im Dunkeln tappen, sind die gut, sind die böse. Dann gibt es am Schluss gibt es dann tatsächlich noch so ein, zwei Wendungen, die dann nicht ganz vorhersehbar waren, wo ich denke, oh gut, gut ab. Das war dann mal ganz gut, aber so insgesamt weiß ich nicht. Also dafür war es dann auch zu lang, als dass es originell genug gewesen wäre. Fand ich ein bisschen schade, weil so vom Erzählerischen und vom Tempo her wäre das eigentlich total gut gewesen. Aber es waren halt so viele Ecken drin, wo ich dachte, oh, das habe ich doch schon tausendmal gehört. Ist aber auch schwierig, so drei Fragezeichen, diesen engen Kosmos zu befüllen. Aber andere Folgen zeigen ja auch, dass es geht und ja, aber hier so dieses übliche Schatzkarte und wir lösen dann mal. War mir ein bisschen zu wenig, gerade für so eine Sonderfolge hätte ich da ein bisschen mehr erwartet. Ja, kommen wir zu was ganz anderem. Wir hatten ja schon im Vorausblick Dezember erwähnt, dass es oder im Vorausblick November schon, dass der NDR eine Georges Seminon Reihe bringt im Dezember. Und startet er Ende November mit Die Phantome des Hutmachers, ein Krimi von Georges Seminon, allerdings kein Maigret, wie man es jetzt vielleicht erwarten würde, sondern ein, ja, man begleitet einen Mann, bei dem sich ziemlich schnell herausstellt, also deswegen verrate ich da auch nichts Großartiges, dass der ja in La Rochelle dafür sorgt, dass hier und da ein paar Frauen um die Ecke kommen. Dieser Mann wird jetzt begleitet und es sind ihm auch ein paar Leute auf den Fersen, beziehungsweise ein Läut insbesondere, und zwar ein Nachbar von ihm. Dem misstraut er, weil er hat also das Gefühl, ja, der könnte ihm irgendwie auf die Schlüche kommen, der ahnt was. Und allerdings ist dieser Schneider dann doch eher so zurückhaltender und nicht der mutigste einer. Und naja, so wird das Spiel, verschiebt sich so ein bisschen, was man auch nicht so ganz klar erkennt, ist, was das Motiv dieses Täters ist. Aber das stellt sich dann heraus und das ist tatsächlich ziemlich clever versteckt, fand ich von der Idee her und vom Plot her total spannend, total gut. Vom Hörspielerischen ist es leider so, dass es ein bisschen zu erzählerlastig ist. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Hörspiel gewünscht. Allerdings ist es auch, ich verstehe auch, dass es ein bisschen schwierig ist, das so rauszuholen, weil halt tatsächlich da viel Erzähltext in der Vorlage ist. Und da tatsächlich wenig gespielt wird, weil vieles sich auch nur im Kopf dieses Protagonisten abspielt. Aber auch das hätte man ja irgendwie hörspielerisch lösen können. Aber nichtsdestotrotz, also spannend genug ist es auf jeden Fall. Ich fand das eine ganz tolle Story und bin froh, dass es mal als Hörspiel umgesetzt war, weil so komme ich auch mal in den Genuss davon. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Ausgaben dieser Reihe und bin sehr gespannt, was uns dann im Dezember da noch erwartet. Oh, das ist auch notiert. Na, da wird die Liste mal länger. Ja, das nächste kannst du auch, glaube ich, schon direkt aufschreiben. Ich habe es schon vermutet. Ja, ein Stück von Dror Michani 3 heißt es. Es ist dann auch gleich ein Dreiteiler. So dreimal 30 Minuten dauert es ungefähr. Es geht um drei Frauen. Der erste ist Orna. Orna ist eine Gymnasiallehrerin und frisch geschieden und hat einen Sohn, der, wie das dann so ist, so ein bisschen als Scheidungskind leidet, nicht so genau weiß, wo er hin soll. Und sie hat so ein bisschen Sorgen, dass er sie eher zu ihrem Mann will, der ja eine neue Patchwork-Familie gefunden hat und ja, dass er sich da vielleicht besser wohlfühlt. Und naja, und bei all dem stürzt auch noch ein neuer Mann in ihr Leben, Jill. Der ist Anwalt, Anfang 40, auch geschieden, hat zwei Töchter, also perfekt. Denn der ist auch irgendwie so auf einer Wellenlänge. Er ist ein bisschen seltsam, aber naja, er hat schon was, was sie dann doch reizt und auch interessiert. Na ja, und so nach und nach kommt auch Jill so ein bisschen aus der Reserve. Bis dann am Ende, aber das, ja, muss ich vielleicht schon verraten. Nein, verrate ich nicht. Im zweiten geht es dann um Emilia, die auch Jill kennenlernt, der in dem Fall ein kleines bisschen anders ist, weil auch Emilia eine andere Voraussetzung hat. Sie ist aus Lettland und ist eine in Israel eingewanderte Pflegekraft. Ja, ist so ein bisschen schwierig, weil so offizielle Arbeitserlaubnisse, das ist halt schwer und gibt es halt nur für Vollzeitkräfte. Und wenn das so Teilzeitjobs sind, ist das schwierig und dann ist so viel mit Schwarzarbeit und so. Also so alles so ein bisschen Halbzeiten. Und Jill als Anwalt will ihr dann helfen und naja, es kommt so, wie es kommen muss. Und die beiden werden dann auch ein Paar und dann passiert was, was aber ich jetzt auch noch nicht verraten möchte. Und dann geht es um Ella. Ella ist auch eine junge Frau und auch sie lernt Jill kennen. Aber ja, sie stellt sich für sie, bleibt so ein bisschen auf Distanz. Und na ja, und dann passiert was und na ja, ihr könnt euch ja schon denken was. Und warum das Stück drei heißt, weil es um drei Frauen geht und merkwürdigerweise immer der gleiche Mann dabei ist. Hm, was könnte denn damit sein? Ja, fand ich einen sehr originellen Krimi, weil er auch ungewöhnlich anfing. Dann beim zweiten Mal ist man dann schon eher im Thema und weiß schon, wo das Ganze hinausläuft. Was das Ganze dann auch tatsächlich nochmal spannender macht. Ein ganz großartiger Matthias Brandt als Jill fand ich wunderbar. Ist ja immer gut. Ja, also ich würde das dringend ans Herz legen mögen. Das ist eine wirklich ganz tolle Story. Sehr cleveres Hörspiel mit diesen drei Teilen. Macht sehr viel Laune. Gerade der dritte Teil hat dann eine schöne, überraschende Wendung, die man am Anfang auch nicht so ahnt. Und dann aber im Nachhinein wird die einem total klar. Und ja, man denkt sich, warum ist man da nicht eher drauf gekommen? Aber vielleicht kommt ihr ja eher drauf, wer weiß. Und gönnt euch das. Das, wie gesagt, gibt es beim Deutschlandfunk Kultur noch zum Download. Seit 23.11. ist das Ding verfügbar. Und gönnt euch. Dann habe ich mal wieder was gehört. Und zwar den Auftakt einer neuen Serie von Hermann Media Audiobooks. Die uns ja überfluten mit neuen Hörspielserien. So startete im November auch Dunkles Hamburg. Die Folge 1 Traumata von Thomas Tippner. Worum geht es? Ich kann euch nicht genau sagen, in welcher Zeit das spielt. Wenn es genannt wurde, habe ich es tatsächlich verschusselt. Ich tippe mal irgendwie um die Jahrhundertwende. Und Hamburg steht erstmal im Mittelpunkt. Hamburg als das Tor zur Welt, sage ich jetzt mal. In dem sich zu dieser Zeit viele Menschen auch aus anderen Ländern tummelten. Vor allem aus dem Osten, die Hamburg quasi als Tor der Welt auch begriffen haben und von Hamburg aus versucht haben, in die Welt hinauszukommen und dort ein besseres Leben zu finden. Vor allem nach Amerika. Und so werden wir am Anfang auch Zeuge, wie das zwei Frauen, zwei Schwestern versuchen, die aus dem Osten in Hamburg gelandet sind und sich in dieser riesigen Stadt zurechtfinden müssen. Und ja, dort scheitern und ja, an nicht so nette Menschen geraten. Und das Ganze wird dann relativ fix sehr dramatisch. Nämlich eine dieser beiden Frauen wird erstochen, während die andere versucht, diesen Mann davon abzuhalten und mit Wunden dann eben auch im Krankenhaus landet. Und ja, in diesem Fall soll ein Kommissar ermitteln, der auch nicht einen allzu netten Eindruck macht und die überlebende Frau auch nicht mitsamt Pfoten anfasst, sondern einfach diesen Fall aufklären will. Und es nicht begreift, warum das nicht irgendwie zügiger geht und der sehr ungeduldig ist, wo man auch schon vermutet, okay, da scheint auch im Hintergrund irgendein Schicksal zu lauern. Und so ist es dann auch. Das bekommen wir dann auch später mit. Und zwar geht es da um seine Familie, der Bruder und die Frau, die nach Amerika auch auswandern wollten und quasi den Platz, den er schon auf dem Schiff hatte, überlässt er dann seinen Bruder und dieses Schiff geht quasi vor seinen Augen unter. Dieses Trauma, also sein Trauma verfolgt ihn auch und lässt ihn halt auch so hart werden, wie er dann auch rüberkommt. Und ihm zur Seite gestellt wird ein neuer Beamter, der so ein bisschen das Gegenteil von ihm ist und ihm immer wieder klar macht, dass das so nicht geht, wie er mit den Leuten umgeht. Aber das nun mal sein Vorgesetzter ist, müssen die beiden irgendwie miteinander klarkommen. Klingt erstmal alles ein bisschen wie aus der Schublade. Ist auch ein bisschen, ist aber okay, weil das ziemlich gut geschauspielert ist, finde ich. Marc Bremer in der Hauptrolle fand ich sehr schön, mal wieder zu hören. Und der Fall ist einfach sehr drastisch, denn es ist nicht dieser einzelne Fall, sondern das scheint sich zu mehren, dass vor allem aus dem Osten stammende Flüchtlinge in Hamburg ermordet werden und da scheint wirklich jemanden ein Hass auf die speziell diese Menschen zu haben. Und so wird halt ermittelt und das wird immer drastischer und landet dann bei einem ziemlich spektakulären Finale und ist tatsächlich allein von der Stimmung her sehr atmosphärisch geraten. Und tatsächlich, ich habe nur ein ganz dickes Manko mit diesem Hörspiel und zwar, ich habe ja so einen gewissen Draht zu Gustav Mahler. Und die Musik, die man hier verwendet hat, ist ganz toll. Das ist nur Gustav Mahler. Also nicht nur, es sind ein, zwei Stücke drin, die nicht von Mahler stammen, aber das ist alles Mahler. Das ist ganz toll, weil Mahler hat die schönste Musik geschrieben, finde ich, immer noch, die es gibt. Und es ist kein Wunder, dass man das auch mal fürs Hörspiel dann so entdeckt und so einsetzt. Ah, das ist halt, ich habe da so eine persönliche Konnecke, dass ich da drüber nicht hinwegkomme. Und das ist, wenn das dann quasi zur Dienerin des Wortes wird, das funktioniert nicht. Das kann ich nicht ab. Das ist sehr gemein und ich möchte es im Hörspiel eigentlich nicht vorwerfen, weil es sehr passend auch eingesetzt ist. Aber da kann ich nicht drüber weggucken. Das tut mir leid, das funktioniert nicht. An sich so ist das tatsächlich vor allem die Szenerie, die man sich ausgedacht hat. Den Ort natürlich Hamburg, den man da gewählt hat und die Zeit, die Atmosphäre, die man da eingefangen hat und dieses Düstere, das hat schon was. Und das ist wirklich, finde ich, gut eingefangen. Und da sollte man dringend mal ein Ohr riskieren tatsächlich. Das ist nicht in allen Ecken rund und vielleicht auch ein bisschen zu lang geraten. Aber schön finde ich tatsächlich, dass man sich bei dem Ding auch tatsächlich Zeit lässt und der Musik auch Raum gibt. Man gibt den Stücken tatsächlich auch Raum. Das ist auch sehr ungewöhnlich tatsächlich, finde ich, in der heutigen Zeit. Das hat man bei Van Dusen eigentlich immer gemacht, was ich bei Van Dusen immer so geil finde, dass die Musik da auch wirklich mal en bloc einfach mal hingestellt wird. Und die Musik da auch mal was ausdrückt tatsächlich. Und insofern passt das dann schon sehr gut eigentlich. Also gerade am Anfang zum Beispiel, da gibt es erst mal anderthalb Minuten zum Eingang die Musik, die einen wirklich sehr einstimmt. Ja, wie gesagt, wenn dann mein persönliches Trauma da nicht wäre. Aber wie gesagt, das möchte ich nur bedingt vorwerfen und euch doch mal raten, da mal reinzuhören. Gerade den Leuten irgendwie, die mit Hamburg Wasser im Hut haben. Ich glaube, die werden da durchaus ein offenes Lauscherchen dafür haben. Dann hatten wir noch was sehr Spezielles. Und zwar, wie aus nichts kam für mich die Meldung, dass Lausch ein recht großes Projekt am Start hat. Nämlich die Heisenberg-Protokolle Epsilon heißt das Hörspiel. Ist von Günter Merlau natürlich. Und auf der Plattform For Your Ears Only. For You zu hören. Und dort kann man sich kostenlos die erste Folge anhören. Und das habe ich dann auch gemacht. Und was soll man sagen? Günter Merlau kann halt einfach Hörspiele machen. Und kann einen auch relativ fix in Gefangenschaft nehmen, sage ich jetzt mal. Dass man wissen will, wie es weitergeht. Das ist einmal das eine, rein das Hörspielerische. Das ist halt einfach, Merlau hat das drauf tatsächlich, dass man da sehr schnell angefixt ist. Und das zweite ist halt wirklich die unglaublich spannende Geschichte. Es geht um Heisenberg. Werner Heisenberg sitzt in London nach dem Krieg und muss den Alliierten quasi Rede und Antwort stehen bezüglich seiner Rolle bei der Entwicklung der Atombombe für Hitler. Hat das gemacht? Hat das befeuert? Oder hat er absichtlich quasi Fehler gemacht, um zu verhindern, dass Hitler die Atombombe kriegt? Er war ja nicht alleine, sondern er sitzt dort mit Otto Hahn und Karl Friedrich von Weizsäcker, die auch Rede und Antwort stehen müssen. Und so werden wir in der ersten Folge hören wir quasi, wie zum Ende des Krieges, auf ganz absurden Wegen, auf dem Fahrrad tatsächlich Heisenberg von Berlin. Berlin war es glaube ich, ja klar, war ja beim Führer dann, von Berlin aus zurück nach Hause fährt. Und kurz zuvor haben die drei etwas versenkt, sage ich jetzt mal. Und dabei handelt es sich anscheinend um Aufzeichnungen. Viel mehr weiß ich tatsächlich noch nicht, außer dass als Heisenberg quasi zu Hause ankommt, nach langen Jahren, also alleine diese Szene, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, einfach von Merlau. Also wie dort dargestellt wird, wie Heisenberg nach Jahren, glaube ich tatsächlich, zurück zu seiner Familie kommt und zum ersten Mal mit seiner Frau wieder zusammentrifft. Da muss man tatsächlich auch schlucken. Das ist einfach wirklich fantastisch gemacht. Das muss man so deutlich sagen. Ja, mal gucken, ob wir weiterhören können. Wir sind da noch in Verhandlung. Gucken wir mal. Aber also ich würde euch auf jeden Fall raten, da mal die erste Folge zu hören. Die ist wie gesagt kostenlos. Wenn euch das gefällt, dann könnt ihr euch da mal tummeln. Denn diese Plattform ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also das hat mich dann doch beeindruckt, was da auch an Content schon da ist und was für spannende Themen vor allem da gewälzt werden. Und dann natürlich so ein Knaller wie Epsilon da einfach mal hinzustellen. Das ist schon der Hammer. Also das hat mir dann doch Appetit gemacht, muss ich sagen. Und da werden wir dranbleiben. Ja, bin gespannt. Ich habe es noch nicht gehört. Ich werde das dann, wenn es dann sich klappt, alles am Stück hören. Ja, macht das. Ja, dann gab es eine neue Folge von Grauen, dem Grusel-Podcast des SRF. Eine neue Folge mit dem Titel Autostopp ins Jenseits. Jenseits. Also es ist spitzerdeutsch. Und ja, auch die Folge ist wieder etwas dialektlastig. Aber man kann sie verstehen, wenn man sich ein bisschen rein gehört hat. Diesmal treffen sich die Freunde wieder und unterhalten sich um das Thema Anhalter. Und Besin, ja, der hatte auch so eine Story, denn der wollte mal alleine auf den Balkan trampen. Hat das dann auch gemacht und wurde dann nachts von einem Fahrer mitgenommen, der ein bisschen merkwürdig war. Da geschieht auf dieser Fahrt eine Merkwürdigkeit, nenne ich jetzt mal. Und dann ist das Hörspiel auch schon rum nach 20 Minuten. Ja, aber wieder sehr atmosphärisch, sehr schön gemacht. Also wieder schön in dem Stil der alten Erzähl-Würder-Stim-Ferry war. Kann ich euch nur ans Herz legen, dieser Podcast. Ist eigentlich ein bisschen schade, dass er nur einmal im Monat kommt, zu Vollmond jeweils. Die nächste Folge ist dann am 31.12. Da ist dann die nächste Vollmondnacht. Und da gibt es dann auch wieder eine Folge Grauen. Und ja, freut euch drauf und hört auch jetzt schon mal rein. Dann so etwas, was ich noch sehr gerne gehört hätte, aber die Zeit hat nicht mehr gereicht, weil wir diese drei dicken Klopper vor unserer Nase hatten. Ja. Lusthafterweise im Dezember. Ja. Wenn man dann Klopper anfängt, dann muss man den ja auch durchhören. Ja, das stimmt. Ja, es geht um das Gruselkabinett, die Folge 165, das alte Kind der Mädchen erzählt. Ja, bei Gruselkabinett, da muss ich einfach reinhören. Das ist ja eine sehr, sehr schön atmosphärische Story, die ich so gar nicht erwartet hätte. Das Titelbild verhält mich so ein bisschen in eine andere Richtung, will ich nicht sagen, aber in eine andere Stimmung geführt. Es geht um die kleine Rosamond. Die ist weise und zieht nach dem Tod ihrer Eltern zu Verwandten aufs Land. Ein ziemlich einsam gelegenes herrschaftliches Haus, ziemlich groß, was auch nur zum Teil bewohnt ist. Ja, und dieser Rosamond wird begleitet von ihrem Kindermädchen Hester. Eigentlich erzählt man diese Story immer hauptsächlich aus Sicht des Kindermädchens. Das ist also so die Angelfigur für den Hörer. Ja, dieses Haus ist halt nicht sehr gemütlich. Die Landschaft ist, also es ist eigentlich immer so, wie man sich das in England vorstellt. Es regnet den ganzen Tag oder es ist kalt oder beides. Ja, es gibt dann einige Merkwürdigkeiten. Das kleine Mädchen Rosamond, das verschwindet dann schon mal und taucht dann wieder auf und erzählt dann Merkwürdigkeiten von einem Mädchen, was ihr draußen begegnet ist. Und das spitzt sich dann plötzlich zu, denn beim nächsten Mal verschwindet sie nicht nur, denn es ist im tiefsten Winter. Sie verletzt doch das Haus und wird dann durch Spuren Zufall von einem Schäfer gefunden und kann dann gerade noch so gerettet werden vor dem Erfrierungstod. Und sie erzählt dann, als sie wieder wach wird, dass da war ein kleines Mädchen und das hat sie doch gebeten mitzukommen und sie ist dann mitgegangen. Naja, und dann macht sich Hester dann doch Gedanken und versucht hinter dieses Geheimnis zu kommen, was sich mit diesem Mädchen auf sich hat. Denn die Spurenlage gibt da gar nichts von einem zweiten Mädchen her. Das ist tatsächlich nur die Spuren von Rosamond im Schnee gewesen. Und so sieht das Ganze doch nach einer sehr merkwürdigen Geschichte aus und tatsächlich steckt da mehr dahinter. Und auch die Hausbewohner haben da ihre Rolle in dem Ganzen. Und dann entdeckt man dann doch eine sehr, sehr, sehr üble Story, die über diesem Herrschaftshaus liegt, die da wirklich aufgebrochen wird und dann den Hörer doch nochmal zusätzlich erschauern lässt. Es ist jetzt weniger vom schauerlichen Moment eine gruselige Folge als eher von den Spannungsmomenten, die wirklich toll sind. Also dieses verschwundene Mädchen und die Aufregung, die damit eingeht, ist wirklich toll dargestellt. Das ist wirklich absolut spannend. Und auch die Story, die dahinter zieht, die verschlägt einen schon ein bisschen den Atem. Und von daher fand ich das wirklich einen sehr originellen Eintrag, zum einen in dieser Folge und auch wieder eine sehr, sehr gute Story, die auch nochmal so eine andere Facette hat, die man auch in der langen Tradition des Gruselkabinetts jetzt so oft auch noch nicht gehört hat. Und von daher würde ich euch die dringend ans Herz legen. Das fand ich wirklich einen sehr, sehr guten Eintrag in die Reihe. Na, da freue ich mich schon. Atmophäre, Atmophäre. Atmophäre, das, was Titania einfach kann. Ja, dann hatten wir ja schon einen großen Klopper von Stihl. Und da kommt der nächste an. Und zwar in einer sehr interessanten Kombination. Und zwar hat Christian Geilus ein Hörspiel für Europa geschrieben. Ja, wir hatten ja im vergangenen, war das schon ein Jahr her, Vidan? Nee, ne, nicht ganz. Nee, war das nicht Anfang des Jahres? Anfang des Jahres, ja. Von Raimond Weber. Also ein großer Name im Hörspielbereich, der quasi eine Serie oder eine Staffel für Europa quasi geschrieben hat. Und so haben wir das jetzt hier auch. Mit dem Unterschied, dass eben nicht der Autor selbst, sondern Stihl das Ganze umgesetzt hat. Und das hört man auch. Hide Away heißt dieses Hörspiel. Seelenschatten heißt die erste Staffel. Und das sind erst mal zehn Folgen, die da auf einen zukommen. Erst mal zur Rahmengeschichte. Es geht um einen Psychologen, der in Edinburgh ist, wohnt und es spielt im Hier und Jetzt. Und dieser Psychologe, Stephen Roberts, hatte einen Unfall. Seit diesem Unfall plagen ihn Gedächtnisverluste. Und zwar kann er sich eigentlich so gut wie an gar nichts mehr erinnern, außer dass er, außer sein Fach, also sein Fachwissen, das ist alles noch da. Er kann die Patienten behandeln und er entwickelt eine ganz besondere Gabe. Und zwar kann er oder ist es ihm möglich, warum, weiß man nicht so genau, als Hörer wird man da so ein bisschen im Dunkeln gelassen, kann er durch einen Blick, beziehungsweise am Anfang ist es noch ein bisschen komplizierter, da werden die elektronischen Strömungen im Gehirn quasi gemessen. Und er blickt in die Augen des Patienten und führt ihn quasi per Trance zurück zu einem Ereignis, das zum Beispiel jetzt ein Trauma ausgelöst hat und sieht in den Augen des Patienten, was damals vorgefallen ist und kann den Patienten steuern und sagt halt, ja, geh nochmal ein bisschen weiter zurück, geh ein bisschen weiter nach vorne. Und entdeckt dort eben die, ja, die Auslöser und kann dadurch ganz fantastische Erfolge erzielen. Das hängt dann auch mit der Polizei zusammen, denn es geht in den einzelnen Folgen um eben meistens so einen Patienten. Na, diese Patienten, da hängt meistens in den meisten Fällen eben ein Verbrechen mit dran und so wird die Polizei auch auf ihn aufmerksam. Und es gelingt ihm halt in zwei, drei Fällen Verbrechen dadurch aufzulösen und das schlägt halt hohe Wellen und so wird sein Name relativ berühmt, sage ich jetzt mal. Ja, aber er hat eben dieses Problem, diese Amnesie, dass er sich eben an seine eigene Vergangenheit nicht erinnern kann. Ja, diese Fälle, die er da bearbeitet, die fordern ihn doch deutlich und so sehr, dass er Unterstützung sich holt und zwar will er eine Annonce in die Zeitung setzen und auf diese meldet sich dann auch ein Privatermittler, der sich Hyde nennt. Und dieser Hyde ist eine sehr merkwürdige Figur, der immer irgendwie gefühlt aus dem Nichts auftaucht und ja, ja, so ein bisschen so eine Schattenexistenz führt, sage ich jetzt mal. Ja, im Endeffekt die Dreckarbeit für ihn erledigt und er kommt halt an Informationen ran, die dann diesem Steven Roberts bei seinem Blick in die Seele deutlich weiterhelfen. Ja, um was geht es denn in diesen Fällen? Es geht zum Beispiel um eine Frau, die bei einem Tauchgang etwas ganz Schreckliches erlebt haben muss und so, ja, wird dann zum Beispiel anhand von diesem Blick in die Seele ein Verbrechen aufgedeckt, dass dieser Frau passiert ist. Dann geht es in einer Folge um einen Kriegsveteran, einen Soldaten, der auch etwas vergessen hat. Steven Roberts versucht eben herauszufinden, ja, was damals ihm passiert ist, weil da im Raum steht, dass er vielleicht gefoltert wurde, was irgendwie nur bedingt Sinn ergibt. Und immer mehr sickert im Verlauf dieser Fälle, es sind dann eben auch zehn, wie die zehn folgen, sickert immer wieder hindurch, dass er es mit einem großen Gegner, sage ich jetzt mal, immer wieder zu tun bekommt, einem anderen Psychotherapeuten namens Kyle. Zirkel der Sieben. Bitte? Der Zirkel der Sieben. Der Zirkel der Sieben, genau. Und dieser Kyle, ja, scheint irgendwie seine Finger in allem Möglichen irgendwie drin gehabt zu haben. Da geht es um geheime Untersuchungen vom Militär und, ja, der taucht halt immer wieder auf, dieser Name. Ja, und so schwurbelt sich das Ganze von Fall zu Fall hoch und verdichtet sich immer mehr zu einem Finale. Und das Ganze ist wirklich spannend gestaltet, ist von Stil richtig gut inszeniert. Also gerade diesen Blick in die Seele oder wenn man da quasi in die Vergangenheit der Patienten guckt, das ist wirklich sehr spannend und sehr atmosphärisch gemacht. Und über dem Ganzen schwebt halt dieses Mysterium der Vergangenheit von Steven Roberts und was es mit Hyde auf sich hat, weil diese Figur irgendwie auch nur so bedingt einsehbar ist, sage ich mal. Und natürlich war es das mit alles mit diesem Kyle zu tun. Also ein großes Mysterium, das da aufgefächert wird. Und, ja, das Ding hat nur ein einziges Problem. Und zwar, das ist jetzt fies, wenn ich das sage. Eigentlich möchte ich es nicht sagen, weil man dann vielleicht auf eine Fährte kommt. Ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach nichts mehr. Außer, dass ich das selbstverständlich sehr spannend fand. Diese einzelnen Fälle sind tatsächlich sehr interessant und dieses große Geheimnis drumherum, das ist eben, sage ich mal, ein bisschen das Problem, was ich damit hatte, weil das schon von Anfang an in eine Richtung gelenkt ist, wo man halt eine gewisse Vermutung haben kann. Oh, das habe ich jetzt zurechtgezwirbelt. Ja, viel mehr möchte ich nicht dazu sagen. Sonst verrate ich was und das wäre doof. Bist du noch da, Olaf? Nee, Olaf ist weg. Nee, ich bin da, ich bin da. Nee, du bist noch da. Nee, ich hatte gerade mal das Mikro leise gestellt, weil mein Stuhl so knirscht. Achso, dein Stuhl knirscht. Ja, du kannst aber weitermachen, weil den nächsten keine Erinnerung dran. Ja, du bist noch mittendrin, ne? Ich bin noch mittendrin bei Hideaway, ja. Du bist noch mittendrin. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht zu viel verraten. Nein, nein, nein. Habe ich nicht, okay. Ja, wie gesagt, alles deutlich spannend. Aber am Schluss nimmt es halt leider dann die Wendung, die ich vermutet habe und das war dann ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also gerade das Finale hat es mir so ein bisschen verleitet, sage ich mal. Aber zwischendurch, wie gesagt, diese einzelnen Fälle, das war schon sehr, sehr spannend und schön erdacht und die Figur ist recht interessant und ja, also die Inszenierung selber und so, das ist schon cool. Wenn man es jetzt aber auch wieder im direkten Vergleich zum Beispiel zu Sieben Siegel, ich weiß, kann man jetzt nicht direkt vergleichen, aber zu Sieben Siegel setzt, fand ich dann Sieben Siegel dann doch schon deutlich origineller und prägnanter, sage ich jetzt mal. Ja, also O Himmelswirrlin hört da rein, Christian Geilus hat das Ganze geschrieben, da wissen wir ja spätestens seit Glashaus, dass der was kann und zu Stil brauchen wir ja glaube ich nichts mehr, kein Wort mehr verlieren. Ja, und in der Kombi, das ist schon toll, was da auf die Beine gestellt wird und natürlich will ich wissen, wie es weitergeht in der zweiten Staffel, wenn sie denn kommt, hoffe ich doch mal. Ja, dann kurz und knapp, kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka, Zungenbrecher. Da gibt es seit dem 5.11. ein sehr ulkiges Hörspiel, nämlich das Geheimnis von Schloss Greifenklau, das man ja bestimmt schon mal an der einen oder anderen Ecke gehört haben kann, von Gerd Angermann und Georg Walter-Heid. Wann verschwärts? Nein, nein, nein. Eine RB-Produktion natürlich aus 1962. Ja, das ist eine Klamotte. Das ist so klamottig, dass ich es schon wieder gut fand. Und zwar, kennst du Schloss Greifenklau? Ich meine, ich hätte das mal gehört, aber keine Erinnerung mehr dran. Wir haben das schon mal im Orkast vorgestellt, sehe ich gerade. Echt haben wir? Ja, wahrscheinlich ich dann. Also es geht ja um einen großen Verbrecher, nämlich einen Zahnarzt, der sein Unwesen treibt und der von zwei Privatermittlern quasi dingfest gemacht werden soll. Aber um das geht es eigentlich gar nicht. Also es geht eigentlich nie so wirklich um Handlungen, sage ich jetzt mal. Es ist eher so, dass das quasi Krimi-Klischees sind, die völlig auf den Kopf gestellt werden und voll auf die Schippe genommen werden. Und zwar quasi mit jeder Faser. So, dass es eigentlich schon sehr anstrengend teilweise ist. Aber es passiert noch so eine Grenze und hat dann immer wieder so gute Gags und so verrückte Ideen drin, dass man es tatsächlich nicht lustig finden kann. Finde ich zumindest. Und es tauchen dann zwischendurch Sachen auf, wo man sich denkt, 1962 hat man das gemacht. Das ist schon absolut irre. Also zum Beispiel so ein ganz absurder Meta-Humor, der da teilweise drin ist, wo dann der Hörer auch immer angesprochen wird und wo sich ständig entschuldigt wird, dass jetzt das und das gerade nicht kommt. Oder dass jetzt die Geschichte die und die Wendung nimmt und dass das ja schon sehr absurd ist. Und das ist sehr interessant und sehr spannend tatsächlich. Also mir hat es großen Spaß gemacht. Man muss sich wirklich auf sehr viel Klamauk einstellen und ist zwar angestaubt, sicher, aber durch diesen Anarcho-Humor und dieses Skurrile, was da drin ist, stört das tatsächlich nicht sonderlich, muss ich sagen. Also hat mir gefallen. Ja, und jetzt kommen wir zu dem, was ich echt nicht erwartet habe tatsächlich. Und zwar hat mir ein Hörspiel von Tommy Krabweiß und Christian von Aster sehr gut gefallen. Kohlrabenschwarz heißt das Ding. Die erste Staffel ist bei Audible rausgekommen. Ja. Und das ist doch mal originell und skurril und höchst am Sand. Und anders als das übliche Hörspiel. Ja. Es hat so etwas Angenehmes, Unsynchronisiertes. Also es klingt nicht so nach Hollywood-Blockbuster, sondern eher so nach... Anarcho. Anarcho, ja. Ja, ein Anarcho-Hörspiel. Ja. Und das ist doch tatsächlich sehr schön. Also wir haben ja sehr viel über Tommy Krabweiß, den ich ja eigentlich sehr verehre, über das, was er im Hörspielbereich bis jetzt gemacht hat. Das fand mir alles nicht gut bis jetzt. Ja, leider. Aber also das... Also damit hätte ich nicht gerechnet. Und ich freue mich sehr tatsächlich. Ich habe das Ding tatsächlich runtergehört und wollte immer wissen, wie es weitergeht. Das ist höchst originell. Es geht um einen Psychologen, den Stefan Schwab in der Hauptrolle von Martin, jetzt wollte ich Martin Kessler sagen, Michael Kessler gespielt, der in der Nähe von Rosenheim, na so, sein Dasein fristet. Und er ist geschieden und ja, nicht so guter Dinge, sage ich jetzt mal. Und hat einen Kumpel, der bei der Polizei ist und mit dem trifft er sich quasi im Wirtshaus. Und dieser Kumpel schachert ihm, sage ich jetzt mal, immer mal wieder so Seelsorgeaufgaben zu. Wodurch er quasi immer mal so und so war es in der Vergangenheit in die Polizeiarbeit auch mit eingreift. Und das hat zum Beispiel seiner Frau nicht gefallen. Deswegen hat sie sich letztendlich scheiden lassen von ihm. Und so ist es auch jetzt wieder. Und zwar geht das Ganze mit einer sehr merkwürdigen Geschichte los, wo jemand sich einer historischen Figur, es ist keine historischen Figur, einer mythologischen Figur scheinbar bedient, die wie aus dem Märchenbuch zu kommen scheint. Und so hangelt sich das quasi durch alle Fälle hindurch. Man hat, das Prinzip ist eigentlich letztlich immer das gleiche, man hat irgendwie so eine komische Figur. Im ersten Fall ist es der Kraxelmann, der quasi, ja, so ein bisschen wie, nicht Knechtrupprecht, wie der Krampus, Kinder einsackt und nach Hause zerrt und dann auffrisst. Ja, schön, ne? Ja, hier in Bayern, ja. Toll, ne? Ja, in Bayern ist das möglich, was da so im Keller so haust halt so, ne? Das ist einfach die Nähe zu Österreich. Das ist nicht gut. Stimmt. Ja, so ist es halt im ersten Fall. Da verschwinden Kinder und es ist nicht nur ein Kind, sondern es sind mehrere Kinder. Und ja, so kommen die beiden halt auf die Figur des Kraxelmanns und nicht nur die beiden, sondern ja, es kommt da dann tatsächlich, weil es halt in Rosenheim spielt, ja, schlägt er halt dann doch irgendwann mal wieder bei seiner Frau auf. Und die hat mittlerweile, und da hat mich das Ding gehabt tatsächlich, spätestens in dem Moment, einen neuen Freund. Und der ist der Knaller. Der ist wirklich der Knaller. Das ist ein evangelischer Priester, der sehr bayerisch daherkommt. Aber ich habe ja so eine gewisse Abneigung, muss ich sagen, seit meinem Studium in Eichstätt gegenüber dem Bayerischen. Aber diese Figur, die ist so geil, die hat mir so viel Spaß gemacht, wirklich von der ersten Sekunde an. Da hatte mich das Ding, muss ich sagen. Weil das eben so, ja, so unkonventionell irgendwie daherkommt und so lebendig ist und so viel, also du merkst den Leuten einfach an, dass die wirklich unglaublich viel Spaß, glaube ich, einfach bei der Sache hatten. Und das Ding ist gut geschrieben, ist sehr lebendig und ist halt sehr originell tatsächlich, was diese Kombination aus, was ist das? Aus Mythologie, denn da tauchen dann auch wirklich nicht nur verrückte Menschen auf, die sich für mythologische Gestalten halten, sondern das ist dann tatsächlich auch an vielen Ecken magisch, sage ich jetzt mal. Also spätestens als dann die Figur des Altjof Erdmanns auftaucht, der ein Zwerg ist, spätestens da wird es dann, geht es dann doch ein bisschen ins Absurde, was aber tatsächlich nie ein Problem ist. Also ich hatte da nie ein Problem mit, weil das einfach so dargestellt wird und der Stefan Schwab, der ist halt einfach so, der nimmt das dann auch einfach so hin, wundert sich natürlich auch ab und an mal, aber größtenteils wird das dann so hingenommen und so ermitteln die vor allem er und der Priester in Verbund mit seiner Ex-Frau und einer seiner neuen Flamme quasi wird es dann später zumindest einer Polizistin. Und zwar sind das halt diverse Merkwürdigkeiten, die in diesen Fällen auftauchen, zum Beispiel, dass da bei Überwachungskameras immer mal die Kamera irgendwie so wackelt, immer wenn eine bestimmte Figur auftaucht und das verteilt sich halt über diese ganzen Fälle und dass da dieses Märchenbuch anscheinend, das ihm im ersten Fall in die Hände fällt, immer mal eine Rolle spielt, wo es eben um altbayerische oder altdeutsche Märchen geht, Märchenfiguren geht. Wie gesagt, immer wieder Figuren aus diesem Märchenbuch dann quasi in der Realität auftauchen und alles sehr merkwürdig ist. Und das Topping auf diesem Ding drauf ist, diese Actionhaftigkeit, sage ich jetzt mal und diese Drastizität, die manche Fälle tatsächlich nehmen, also da geht es manchmal wirklich sehr brutal zu und da wird auch nicht vor Blut gescheut. Einmal das oder halt wirklich, dass es einfach per se sehr actionlastig und drastisch dann manchmal ist und das wirklich auch gut dargestellt ist. Also nicht so dargestellt ist und denkt, oh, das ist jetzt, ja, das kommt jetzt akustisch nicht so rüber. Nee, das wird dann wirklich auch sehr schön dargestellt und die Musik ist sehr passend. Das Titel ist sehr geil. Das hat mir sehr gut gefallen. Sehr stimmig und richtig cool. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja, ich fand das auch ziemlich, ziemlich genial. Also am Anfang wusste ich nicht, was ich damit anfangen sollte. Also am Anfang habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich mich da reingehört habe, wie ich so den Humor mal so aufgenommen hatte. Aber dann war ich ja wirklich dran und wollte auch das Ding nicht mehr vom Ohr lassen. Also da wollte ich dann, ich hatte ja glaube ich beim letzten Mal schon die erste Folge gehört und dann habe ich gesagt, ja, das sind so Einzelfolgen. Und da war ja, glaube ich, so noch bemerkbar, ja, ich wusste nicht so genau, wo das Ganze hinführt. Aber es sind ja gar keine Einzelfolgen. Es wirkt dann nur nach der ersten Folge so. Ja, nach dem Rest, also spätestens nach der zweiten Folge, war ich dann da vollkommen drin in dem Ding und habe das dann in einem Rutsch auch durchgehört. Auch saukoole Figuren. Also dieser Priester, der ist der Knaller. Der ist super, ja. Hammer. Hut ab, Kompliment. Das ist wirklich, wirklich cool. Sehr, sehr geil. Hab mir sehr viel Freude bereitet. Ja, dann kommen wir nochmal zu einem Radiotater, und zwar dem letzten aus dem November, den ich jetzt nachgehört habe. Bankraub und Gerechtigkeit, das Ganze ist die 150. Ausgabe. Hey, Jubiläum. Hat beim Club ARD kein Mensch interessiert. Das Ganze stammt von Franz Dobler und ist vom Bayerischen Rundfunk produziert worden. Wir treffen wieder auf die Ermittlerinnen Horstnitsch und Rosenberg, die ja eine Serie mit Banküberfällen darin ermitteln. Und die stellen halt fest, dass die Täter immer wieder die gleichen sind, beziehungsweise so ein, zwei Figuren werden immer ausgetauscht. Aber so das Grundmuster scheinen immer dieselben Personen zu sein. Und sie treffen dann auf eine Familie, die ja so ein bisschen, ein bisschen, wie soll man denn sagen, naja, so ihren Ruf hat. Ihren Ruf weg hat. Und da liegt der Verdacht nahe, dass die vielleicht da was mit zu tun haben könnten. Und die Kommissarin versucht sich jetzt da so ein bisschen einzuschleusen und das Vertrauen der Ehefrau zu gewinnen und so vielleicht dahinter zu kommen, ob die da was mit zu tun haben. Und wenn ja, dass sie das Ganze auch auflöst. Und klingt erstmal, als ob das nicht so besonders toll wäre, aber es ist tatsächlich ziemlich gut erzählt. Es ist spannend, weil ja, man ahnt schon, wo die Reise hingeht. Aber gerade, dass ja, dass dieser letzte Moment noch so immer in der Schwebe ist und immer so ein bisschen die Gefahr im Hintergrund schweigt, dass das Ganze schief geht, macht das Ganze ja wirklich spannend über die gesamte Spielzeit, dass ja diese Milieustudie, die da mit drin ist, die ist wirklich super herausgearbeitet. Also da geht es halt weniger tatsächlich letztlich um den Krimi, als tatsächlich um ja diese gesellschaftliche Problematik, die dahinter steht. Und das fand ich dann wirklich sehr unterhaltsam, sehr gut. Es ist vielleicht nicht der beste Radiotater, aber ich fand ihn jetzt zum Beispiel noch ein Stück besser als den ersten Franz Dugger Tatert, der anders war und der hier ist auch anders. Also der wird so den normalen Krimi-Hörer vielleicht gar nicht so abholen. Aber ich fand es aufgrund dieses Bonus, den man über dem Krimi hinaus hat, fand ich sehr hörenswert und würde euch das gerne ans Herz legen, wenn ihr mal was anderes als den schnöten Tatort hören wollt. Na gucke mal an. Du hast jetzt übrigens ein Solo nach dem anderen bis zum Ende. Ja, es ist eigentlich nur noch eins. Und zwar Sherlock Holmes, die geheimen Fälle des Meisterdetektivs, Die Reihe von Titania Medien kommt mit Folge 43, Der Zuträger. Darin erleben wir eine Story, die ich nicht so ganz verstanden habe. Also weniger, dass ich die Story nicht verstanden habe, die habe ich schon verstanden. Ich habe nur die Frage nicht verstanden, warum man die mir erzählt. Man erzählt hier quasi nochmal Charles August Milverton. Aha. Man ist dem sich auch bewusst, weil man verweist auch am Anfang da drauf. Macht dann eine, ja ähnlich wie bei August Milverton, versucht man diesen Erpresser, um den es geht, auszutricksen. Und das macht man jetzt auf eine andere Art. Man versucht diesem Erpresser habhaft zu werden mit einem Trick. Und, naja, ob das funktioniert, ja natürlich funktioniert das. Aber ihr müsst schon noch selbst hören und erstmal hinter den Trick kommen, um den es da geht. Das ist dann eigentlich sehr unterhaltsam. Aber es ist auch sehr wenig Sherlock Holmes. Tatsächlich. Und wie gesagt, die Nähe zu Milverton fand ich ein bisschen schwierig, weil das halt wirklich so eins zu eins dasselbe Verbrecher ist, dasselbe System. Und nur wie man in dem ganzen Habhaft wird, ist ein bisschen anders. Aber, ja, fand ich dann ein bisschen merkwürdig. Und dann noch, dass ein bisschen wenig Holmes ist, war das so eine Folge, die ich jetzt nicht so besonders gut fand, leider. Ja. Und damit sind wir eigentlich durch. Wir hätten jetzt nur noch ein paar Hörspiele, die wir zwar nicht gehört haben, aber die im November noch erschienen sind, von denen wir aber nichts wussten und die wir jetzt einfach noch kurz nachtragen. Zum Beispiel gibt es beim SRF eine neue Krimi-Reihe Advent Advent von Natascha Beller und Patrick Kabitschenko. Und das ist ein Hörspiel, das sich an eine Fernsehserie anlehnt, die auch so heißt, Advent Advent. Und dazu gibt es jetzt auch Hörspiele. Die ersten beiden Folgen sind mittlerweile erschienen. Die erste am 28.11. und die letzte jetzt am 5.11. Und das scheint jetzt im Wochenrhythmus auch als Podcast weiterzugehen. Dann gab es was Neues von BulfiOffice. Am 30.11. kam nämlich Arzu raus von Milena Abojan und Sirius Kessel mit einem sehr schicken Cover. Dann bei Brainflower Media gibt es ein neues Hörspiel von Andy Suess. Ein Picknick im Grünen. Das könnt ihr euch dort kostenlos downloaden. Das ist ein Kurzwörspiel, neun Minuten. Mehr ist es nicht, aber ist auch Ende November erschienen. Dann hat das Studio Regenbogen eine Eigenproduktion von Martin Bollig herausgebracht. Und zwar Zeitschiff Unicorn. Krieg der Zeiten. Und eine neue Zukunftschronik gab es. Zukunftsmusik, ein Hörspiel von Nadine Most. Und Schnitt und Musik hat Manuel Schmidt dazu geliefert. Werden wir wahrscheinlich auch noch nachholen, denke ich mal. Ja, und das war's schon. Damit sind wir auch durch den November durch. Genau. Na dann machen wir Feierabend. Genau. Und hören uns dann in Orcas 105 wieder. Jetzt fällt mir doch gerade noch was ein. Was denn? Und zwar Abenteuer in Veranda. Der zweite Teil. Den wollte ich auch noch gehört haben. Und das reichen wir euch auch das nächste Mal nach. Das hatten wir euch ja. Boah, das ist glaube ich ein Jahr her. Ich hätte jetzt auch gesagt, das ist ein Jahr her, ja. Ist jetzt der zweite Teil Das Verborgene Land auch herausgekommen bei Klaus Studio. Ja. Dazu auch das nächste Mal mehr. So, jetzt aber. Genau. Ab in die Haie. Genau. Alle Mann. Alle Zähneputzen nicht vergessen. Schon passiert. Okay. Perfekt. Na dann. Okay. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ste hamburgene Land. Wasser zum Abfl shuts. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Talk ins记бlı.